Die Cooldown-Challenge präsentiert vom Cooldown-Club von TCS. Die Cooldown-Challenge hier im Basel geht weiter und wir haben zwei nächste Kandidaten. Es sind erstmal zwei angehende Maschinenbauer. Einerseits Johannes Zwei-Zwenzki, hoi. Hallo. Und neben dir dein Kontrahent, Beziehungsweis-Kollege, aber jetzt knallharten Gegner, Freddy, auch Zwei-Zwenzki. Salut. Wieso macht ihr beide das Gleiche? Maschinenbau? Also er macht es an der ETH, ich mache es an der Fachhochschule und weil es einfach ein cooler Job ist. Sind Sie bereit für eure Challenge? Ja, voll easy. Sehr schön, es geht nämlich um etwas, das man sich da oben sehr anstrengen muss. Autonummern merken und das sind eure Regeln. Ihr habt drei Minuten Zeit, um euch bis zu fünf Autonummern auswendig zu merken. Nachher machen wir eine kurze Pause und ihr habt je zwei Minuten Zeit, um mir so viele Nummern, wie ihr euch daran erinnern, aufzuzeigen. Wer sich an mehr erinnern mag, der gewinnt. Klingt relativ logisch und gewinnen kann man aber erst. Das ist auch relativ logisch, wenn man mehr als eine weiss. Autonummern merken, macht das Sinn für euch? Ja. Zittert ihr schon? Mega. Ich würde ein bisschen Schiss haben. Also dann sagen wir, let the games begin! Wir fangen jetzt mit dir an, Autonummern merken. Liebe, liebe, liebe Johannes, bist du gut im Autonummern merken? Hast du das das Kind vielleicht auch mal gemacht? Äh, nein, den Sinn habe ich nie drin gesehen, aber... Nö. Ja, weisst du, da habe ich gesagt, der fährt wie ein Sau, merkt ihr die Nummer? Ich so, okay. Also, anyway, deine drei Minuten, um sie zu merken. Fangen jetzt an. Und in der Zwischenzeit natürlich. Lieber Freddy, du weisst, dass du es zu hast. Hier ist ein Koffer. Du kannst ein bisschen nerven, gell? Let's go! Such dir etwas Schönes aus. Nachdem sich dein Kumpan probiert zu konzentrieren. Du machst so ein bisschen einen gemütlichen Eindruck. Bist du nicht so nerven, sage ich? Ja, ich bin normalerweise schon recht nervös. Darfst du dir rauskommen? Aber, äh, ja. Probier's nicht. Momentan ist das noch ein bisschen gemächlich von der Seite von Freddy. Hey, Freddy. Hey, würdest du gerne noch den Sacken zulegen? Lieber Freddy. Ja, fast nicht mit ihm zu reden, oder? Mittlerweile sind wir bei gut anderthalb Minuten angekommen. Das heisst, Halbzeit für dich. Er bleibt ruhig. So weit, so gut, ladies and gentlemen. 2 Minuten 30. Die letzten 30 Sekunden haben angefangen. Lieber Johannes, ihr müsst wirklich noch mal alles geben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Zeit. Ältere Nummer wieder umkehren. Warte, schön so. Wie ist es gelaufen? Ja, nicht so gut. Jetzt bist du momentan gerade voll am Palt im Kopf. Probierst dich nicht zu verlieren, gell? Genau. Das nervt jetzt anders, wenn ich so Fragen stelle. Genau. Ich frage jetzt noch ganz kurz deinen Kontrahenten. Freddy, was ist los gewesen? Du bist... Du hast doch gar nicht nerven. Ich habe es versucht. Es ist einfach... Es ist einfach zu lieb, oder? Nein, es ist auch zu schwierig. Also zu schwierig? Er ist so ein Konzentrationsmensch. Wir schauen mal, was der Konzentrationsmensch, Johannes, sich für eine Autonummer merken konnte. Du hast zwei Minuten Zeit. Bist du bereit? Deine Zeit läuft ab jetzt. Die erste Nummer war 441 208. Jawohl, die erste Nummer haben wir. Und die andere war 125 069. Jawohl, zwei Nummern. Chapeau Monsieur. Und weil das Geschäft mich doch ein bisschen durcheinander bringen, weiss ich die dritte nicht mehr. Du hättest im Falle noch locker 1 Minute und 40 Sekunden. Du hast doch probiert, drei zu merken. 256. Das stimmt schonmal, das kann ich dir verraten. 256 stimmt. Jetzt musst du nur noch wissen, was nachher kommt. Ah! Was kommt nachher? 256 und dann? Was ist gekommen? Ich sage, es war 416. 256 416. Das ist nicht richtig. Ich denke, es kommt ein 4 vor, es kommt ein 1 vor. Nein! 256 416. Die letzten zwei Sekunden und wir sind fertig. Es wäre 256 941. Aber nicht schlecht. Zwei Nummern, das ist schon mal recht okay. Irgendwie, was ist das Gefühl? Dein Kollege, der Kontrahent, Freddy schafft er mehr nachher? Ich glaube es nicht. We will see. Wir gehen rasch rüber und fragen, ob du bereit bist für deinen Teil der Challenge. Das weiss man nie, aber versuchen wir es mal. Mittlerweile schifft es so ein bisschen in Basel. Kümmert uns nicht. Wir bleiben ruhig und vor allem musst du jetzt ruhig bleiben. Liebe Freddy, lass dich nicht Bieren durch den Regen. Deine Zeit zum möglichst viel, mindestens zwei. Das hat nämlich dein Kontrahent geschafft. Auszeichnungslernen, die fängt jetzt an. Drei Minuten Zeit. In der Zwischenzeit. Du siehst einen prall gefüllten Koffer da vorne neutral. Liebe Johannes. Was machen wir? Wir werden ein bisschen nerven. Du darfst das zumindest. Ich bleibe neutral. Mach was du willst. Der Stinkkäse wird ausgepackt. Bist du gern, gell? Ja. 7 0 0 3 8 5 2. Steht, gell? Jetzt. Ja, jetzt. Das ist fies. Das hättest du gern. Schau mal, weisst du wie laut das Ding wird? Weisst du? Ja. Mittlerweile sind wir schon fast bei der Halbzeit angelangt. 1 Minute und 30 Sekunden sind gespielt von drei. 7 7 7 3 8 2. Ich wiederhole. 5 3 7 8 8 1 2 7 5. Und wir sind fertig. 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1 und finito. Wir kehren das Ganze um. Das klebt schon alles vom Regen. Jetzt kommst du einmal auf Basel raus, oder? Als Choice. Schon wirst du eingeschiffet. Wie ist es gelaufen? Hast du eine spezielle Strategie gehabt oder so? Ja, ich habe es probiert. Mal schauen. Wir schauen jetzt nachher an, wie viel du merken kannst. Bist du bereit? Ja. Die Zeit läuft ab jetzt. Also 225. 389. Wie viel? 389. Knapp vorbei, knapp vorbei. Oh nein. Das ist dann 489. Gut. Die erste hast du einmal. Super. Dann 217. 325. Zwei hast du richtig. Der Gleichstand ist schon mal erreicht. 455. Jawohl. 455. 362. Voila! Das ist schon die dritte. Und du bist erst bei 35 Sekunden. De facto hast du schon gewonnen. Fällt dir noch eine ein? Die letzte wäre 700. Ja. Und 863. Wow! Vier Autonummern. High five, lieber Freddy. Du hast gerade doppelt so viel gewusst. Weisst du, was bringt dir das ein? Jui Boom! Ein schöner Kopf. Hey, bedient sich. Ein geiles Gadget. Viel Spass da damit. Hey. Jetzt hat er aber gerade eine rechte Trumpf aus dem Arm gezogen. Naja. Ich bin auch überrascht. Du, ich wünsche dir ganz viel Spass mit der Jui Boom. Mach's gut. Und viel Spass auf der Autobahn natürlich auch. Du siehst wahrscheinlich jetzt ganz viele Nummern. Ich wünsche euch viel Spass. Kommt nach Hause gut in den Schärmen. Und behaltet euch wirklich auf. Tschüss zusammen. Danke.